Ja, hallo und sehr herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Es ist ja jetzt schon ein paar Tage her, da habe ich ein Gewinnspiel gestartet und zwar gab es die App HyperDog bei mir zum Gewinnen. Sorry, dass es mit der Auflösung ein wenig Länge gedauert hat, aber ich hatte echt wenig Zeit und wie einige von euch sicherlich wissen, hatte ich ja auch keine Mac in der Zwischenzeit. Ja, aber jetzt habe ich ja endlich wieder einen, ihr konntet ja auch die Unboxing sehen und ich werde jetzt dann auch gleich einmal das Giveaway auslosen. Gut, teilgenommen haben 18 Leute, schaltet einmal kurz in den Fullscreen, da könnt ihr dann auch sehen, ob ihr dabei seid oder nicht, aber das dürften so gut wie alle sein, denn ich habe das ziemlich genau kontrolliert und bin mir ziemlich sicher, dass mir da kein Fehler unterlaufen ist. Gut, wir gehen auch einmal gleich auf random.org, also hier haben wir die Nummer 1, das ist der Roberto Fortó und da unten haben wir die Nummer 18 ist der Skymover. Wir gehen auch einmal gleich ein, zwischen 1 und 18 und schauen einmal wer der glückliche Gewinner ist. So, die Nummer 3 hat gewonnen, dann schauen wir mal gleich wer das ist, das ist ziemlich einfach, das ist der King Mo4. Kontrollieren wir auch gleich einmal, ob er die Voraussetzungen erfüllt, denn man musste ja eben einen Kommentar, da hat er alles richtig gemacht und Abonnent von mir sein. So, schauen wir mal, hier haben wir auch schon die Abos und hier bin ich auch schon gut. Somit ist der Gewinner gültig. Ich würde dich bitten, dich in den nächsten 2 Wochen bei mir zu melden und dann kriegst du auch deine Lizenz von HyperDoc. Ich gratuliere dir nochmals. So, für die anderen nicht traurig sein, das wird nicht das letzte Giveaway gewesen sein, weil ihr seht schon anhand der Abonnenten, es sind viele, viele neue Abonnenten in die letzten Tage hinzugekommen. Vielen lieben Dank nochmals dafür. Ich war echt geplättet, so viele neue Abonnenten innerhalb kürzester Zeit, echt, ich habe mich wirklich riesig gefreut. Und ja, demnächst werden schon wieder neue Giveaways kommen, spätestens beim 500 Abonnenten gibt es dann ein größeres Giveaway. Gut, das war es jetzt auch schon wieder im Großen und Ganzen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über positives Feedback von euch freuen. Schreibt Kommentare, bewertet das Video. Und ja, wir sehen und hören uns. Bis demnächst, euer Max Tyler. Tschüss.